Grüß Gott, es freut mich, dass Sie sich für die Holzbetonverbundbauweise interessieren und dass Sie unsere Internetseite gefunden haben. Mit diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach und kostengünstig altersschwache Holzbalkendecke für neue Aufgaben mit dem HPV-Sanierungssystem ertüchtigt werden können. Wie bei jeder Tragkonstruktion sollte vorab eine statische Berechnung erstellt werden. Mit unserer kostenlosen Software, die Sie auf unserer Internetseite finden, können Sie Einfällträger selbst berechnen. Unsere Spezialisten bemessen Ihnen die Bauteile kostengünstig und Sie können sicher sein, dass Sie dank unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung ein optimales Ergebnis erhalten. Neben unserem Know-how bieten wir selbstverständlich auch die Systemkomponenten, den Original HPV-Schubverbinder, den Original HPV-Kleber, mit allen erforderlichen Zusatzartikeln an. Mit unserer Leimgenehmigung kann auf Wunsch unser Fachpersonal die Bauteile für Sie auf der Baustelle oder im Werk verkleben. So, jetzt möchte ich Ihnen die vielen Informationen rund um das Sanieren von Holzbalkendecken mit dem HPV-System nicht länger vorenthalten. Und genießen Sie auch nebenbei die herrliche Aussicht über unser schönes Dorf im Spessart. Viel Spaß, Ihr Rainer Bar. A lot of experience is necessary in refurbishing buildings. In old buildings, there are often many different types of materials used, as in this building. Crushed stones, rubble, bricks, aerated concrete. The two beam ceilings in this building are to be redeveloped. For this purpose, the most powerful and economical system from TIRCOM-TECH is best suitable. The sword groove with a depth of about 40 mm is made with a normal manual circular saw. The groove is cleaned with compressed air. Corresponding to the static calculations, the placement of the HPV connectors are marked on the beams, and the connectors are placed accordingly. Nails mark off the placement of the HPV connectors and help save the amount of glue used. The glue is applied with a manual and pneumatic gun. Then the HPV connectors are installed. The hardening of the glue takes about 60 minutes. Interlayers of up to 30 mm can be installed. Reinforced concrete mats can be put directly onto the HPV connectors. Spaces are not necessary. This saves time and costs. Should SFRC be necessary, please contact us. The thickness of the concrete can be between 7 and 30 cm. For example, a heavy-duty bridge could be built with the HPV system. Concrete strength is C 20 to 25 or better. The concrete is smooth and takes about 21 to 28 days to harden. TICOMTEK – Wood Concrete Systems